... Yo, was geht? Chimokos Gang. Gang Gang! Gang Gang! Papa! Heute reagieren wir auf Mordano und Mozek und Digga. Mordano und Mozek sind die Fischung der Läufe auf der Tasche. Wohら, die sind Toxik-Wurz. Das will ich auch erst mal wissen, ja. Toxik, Bruder. Was ist los, Bruder? Ja, nee. Angeblich haben sie sich schon scheiden lassen. Ja, mein Mund, ich weiß. Aber die sind wieder. Die sind wieder. Das Ding ist, die haben ein Kind zusammen. Hä? Obwohl, nein, ein bisschen schlimmer sogar. Mozek ist ja nicht fremd gegangen, das ist ja das. Bruder, aber die beiden, hä? Die haben sich schon geboxt. Woh, wirklich, Bruder? Du weißt, wie die Idee ist, anscheinend. Love, Love. Und wenn du ein Kind zusammen hast, Bruder, ist auch noch mal anders, ja? Das Ding ist, Bruder. Diese Verbindung ist auch noch mal anders, Bruder. Aber ich würd da nicht diese Theatralik öffentlich machen, Bruder. Bruder, schön, dass sie zusammen sind wieder. Natürlich, dass sie schön sind, Bruder. Ich wünsche ihnen das Beste. Bei den Öffentlichkeiten, Bruder, du zeigst alles, Bruder. Jeder denkt sich so, alle sind gegen deinen Mann. Bruder, chill. Chill, chill, chill. Meinst du, mein Arm war? Ich verstehe. Ja, der muss schon, ne? Ich check schon, egal. Lass mal einen Talk, egal, lass die Kommentare vorlesen. Matix3 schreibt, Mach doch mal nach dem Reaktion eine kleine Runde Freestyle auf dem B. Freestyle? Freestyle. Okay, okay. Also Matix, eigentlich hast du schon so recht, ja, aber... Okay. Der will nicht. Okay, okay, okay. Next. JeffTV hat geschrieben, Wenn ihr Pause macht, dann spult 10 Sekunden zurück, weil ihr nie wisst, was als nächstes kommt. So ist man mehr ready auf die nächste starke Line. Theoretisch ja. Ich verstehe, was du sagst, aber YouTube sagt nein. YouTube sagt nein, Bruder. YouTube sagt nein. Aber gute Idee. Jona, Marie schreibt, Liebe eure Reaktion, man fühlt richtig die Vibes, ey. Ich mach den nächsten. Can, BLS, vor drei Wochen geschrieben. Euer Vibe unbezahlbar. Wallahi. All for the Vibes. Good Vibes only. Ready? Steady. Go. Ich bin gespannt bei dir erzählen, ja. Oh, Rich, Perl. Oh, Digga kann euch alle nicht mehr sehen. Oh, Digga gib. Das ist ein bisschen creepy für mich auch, Bruder. Der ist schon in diesem Dingsanzug, Bruder. Die bist selber diese Freaks, Bruder. Deswegen meinst du, Bruder. Toxic. Toxic, Bro. Erlost im Weg, eh. Original, ihr seid alle fake. Untertisch auf eure Nase, weil das sicher kein Versehen, eh. Oh, Digga kann euch alle nicht mehr sehen, eh. Oh, Digga gib mir ein... Boah, der Beat ist aber eklig, Bruder. Ja, Jumper, Alter. Frasch da wie der Beat. Oh, Loredana mit Zuna? Oh. Oh, 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 oh. Ja. Ha, wer ist jetzt fake, Loredana? Erzähl, ne? Erzähl, Bruder. Ja. Ha, 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 ha. Oder was ging ab? Oh, boah. Schreibt mal die Comis. Er macht nicht Wünsers? Ja, B. Ja, die haben über TikTok zusammen gemacht. Ich hab vergessen. Boah, ich hab gesehen, die waren Kuschel und so, weil wir in den Arm und so. Das hab ich nicht gesehen. Ich hab wieder gesehen, Bro. Ich hab wieder gesehen, Bro. Ich hab wieder gesehen, Bro. Egal, Leute. Schreibt was in den Kommentaren. Mach mal ein bisschen Welle da unten. Eiri. Boah, der Beat ist aber hart. Ich bin ehrlich, Bro. Der Beat ist sauer. Immer noch mit dieses ... Okay. Ich weiß doch, ich weiß doch. Verlass, Mann. Boah, das Video, das Video ist krass. Das ist hart. Immer nur Musik. Nur Musik. Nur Musik. Das habt ihr krass gemacht. Nur Musik. Warte, warte. Jetzt nur Musik. Boah, die haben das cool gemacht, oder jetzt? Hey, was ist los hier? Was ist los hier? Hol den ab. Hol den ab. Natürlich ist das aber gut. Chill, Bro. Muss man ansprechen, ja. Chill, chill. Jetzt gerade geht's nur um die. Was? 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 War das Albanisch? Albanisch. Ich verstehe nichts, aber es ist hart, Bro. Die Sprache ist echt schön. Albanisch ist eine schöne Sprache. Diese Tachiyanonen. Oh, bad girl. Mahansch gar nicht. So, Mahansch, Mahansch, Bro. Mahansch. Boah, was? Was? Du bist und du bleibst. Alles. 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 Bruder, das ist auch ein bisschen loko wie das. Ah. Das ist, wenn du Arab bist. Das ist ein Kind, Bruder. Wenn du Arab bist, Bro. Was ist so scheiße? Was ist so scheiße? Du gehst pangwara wara wara. Pangwe. Oh, Digga, kann euch alle nicht mehr sehen. Na, Digga, gebt mir alle aus dem Weg. Eh. Original, ihr seid alle fake. Und tanzt dich auf eure Nase, weil da sicher kein Versehen. Oh, Digga, kann euch alle nicht mehr sehen. No, Digga, gebt mir alle aus dem Weg. Boah, das Video ist krass, Bruder. Ja, ja. Das Video ist krass, sag ich ehrlich. Lang nicht mehr so gut. Ja, ich mag diese, ja. Ich mag auch den Typ. Ich hab den vorher schon gemacht. Seine Art einfach. Der ist cool. Weiß ich mein so. Der kommt cool. Ja, auf jeden Fall. Ey. All original, ihr seid alle fake. Und tanzt dich auf eure Nase, weil da sicher kein Versehen. Back. Ey. Mic check, Mic check. Boah, das kommt so hart, ey. Boah, Junge, Alter. Ich hätte nicht erwartet. Ich dachte, die kommen jetzt vielleicht irgendwas Softes, Weiches. Ja. Aber die beide in Kombinationes. Ich weiß nicht. Aber von Loredana brauch ich wieder sowas wie Sonnenbrille. Die Sonnenbrille. Das war ein Hit. Das war ein Hit. Das war ein Hit. Das war ein Hit. Damit geht nichts mehr. Wo ist diese was? Wo ist diese was? Jetzt kommt nur diese, ihr fuck mich alle ab. Geht mir nicht auf den Sack. Ich mach, was ich mach. Jetzt kommt nur noch diese, Bruder. Ah, ey. Ich weiß nicht, wie es ist. Was passiert da? Was passiert da? Was passiert da, ey? Du bist kein Stress mit albanischen Mafia. Du bist nicht. Mit den Adlern muss man anderen ran. Du bist. Mit diesen Adlern? Nein. Weil die haben den Rücken. Die sagt ja, mit Mozik in the back, Bruder. Get what I'm saying? Wollah, bist du Stress mit der Albanische Mafia? Was passiert? Wollah, weil die Zufall мест sind. Wir laufen raus. Ich feier die beiden. Obwohl, die sind Toxic, aber ich feier die beiden, Bruder. Weil die sind ehrlich füreinander geschaffen, sag, was ihr wollt, so. Was ist der Club, Alter? Hat Mosik sich gerade gegen diese Wand geworfen? Ich mach ein Dance Battle, Bruder. Das ist hart, so was muss auch sein. Bruder, die haben das krass gemacht. Ich sag so Oldschool-Vibes, Bruder. Ich sag jetzt ganz offen und ehrlich, das war ein sehr... Bruder, Video und Song, Video und Song. Hart, Bruder. Ich bin ehrlich. Ein Kollege hier, ich könnte sagen, stark Männer. Stark, super. Ich mag einfach, dass er sich nicht so freizügig kleidet. So. Das zeigt so, als Frau, du musst nicht deinen Körper zeigen, um Erfolg zu haben. Natürlich Sex sells, wir wissen alle selber, aber so, Bruder, keep your shit private. Aber, Mann, das ist auch wieder so eine Sache, Bruder. Jetzt sagt ihr so, so, nicht zeigen, aber ihr mögt doch genau so, oder nicht? Natürlich mögen wir so. Wenn eine Frau ihr Körper zeigt. Boah, wenn? Tamam, ich sag nichts. So. Auf jeden Fall, Leute, das war Lorudana featuring Mozik mit dem Song Oh Digga. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr vom Song hält. Banger Alert. Yes, Sir. Link findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Liken, sharen, abonnieren. Aktiviert die Glocke. Gang, gang. Baum. 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 Vielen Dank. aled